Das dauert gleich ein bisschen bei dir. Bis ich drin bin. Aua. Das tut weh. So. Oh, ich hab mal voll auch mal dazu. Ah, scheiß Schmerzen. Ich kann mal eben senden. Ah! Ah, Neger. Oh, jetzt hast du da auch reingemacht. Du bist in der anderen Gruppe. Du bist ein Beatmatt. Möchtest du jetzt in der anderen Gruppe? Live. Bevor ich gleich auch noch Doppel 3 mache. Ach, nicht Wur. Du hast Wurst? Ich hab Wur geschrieben. Ausrufe zeichnen. Stopp. So, jetzt habe ich es richtig. So, bin drin. Ach ne, bin bei dir noch nicht drin. Ich merke nichts. Ich dachte, du magst das nicht. Pfff. Pfff. Ab da gehört mein Bro wird auf aber. Ganz komisch. Ich hab den Angst. Ah. Ah, scheiß C ey. Wie willst du denn? Das hast du C gebummst. Moin Schwesterkin. Ah, Moin Schwesterkin. No. Genau. Folge 1. Ja, okay. Du hast Folge 1. Okay, da bin ich immer eins. Wenn du sagst, du bist Folge 2, dann bin ich Folge 3. Genau. Ähm. Gut. So. Ähm. Ich fang doch mal an. Fang doch mal an. So, dann sag ich jetzt mal herzlich willkommen. Jetzt hier wieder zurück. Auf. Das Galaxy Bros. Alles gut bei dir, Bro. Äh, ja, na. Es geht. Ich hab wieder ein bisschen Schmerzen in das Zehgelenk. Und während der Schicht ähm. Fußgelenk. Auch noch schwer Schmerz. Ich werd alt. Ich werd einfach nur alt, Schwesterchen. Ich, äh, heute, heute natürlich, äh, Dead Island. Folge 1. Das erste Teil. Dead Island 2 haben wir auch schon mal runter gelernt. Das werden wir eventuell zu dritt machen. Lasst euch überraschen. Na. Wir wünschen euch dann erstmal jetzt hier viel Spaß bei Dead Island. Ähm, ja. Definitiv. Edition. Let's go. Jo, ähm. Ach, der Flo war schon zu schnell. Heu. Jo, dann will ich sagen, ähm, 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 herzlich willkommen zu der ersten Folge, ähm, von Dead Island. Äh, das andere haben wir ja schon gemacht. Ähm. So. Kleines, ähm, hinterher kommt, weil wir hatten ja schon die Frage bekommen, oder ich, oder wir, ja, ich weiß das gerade mehr, ob ich das jetzt Solo war, oder ob wir beide zusammen waren. Es ist ne offizielle Bestätigung. Wir werden nach diesem Teil Dead Island 2 machen. Das freut mich auf jeden Fall, dass es dir gut geht. Und danke für deine Wässerung. Wir werden definitiv Dead Island 2 machen. Und wir wissen aber noch nicht, das ist noch ein Fragezeichen. Ich und Flo, also Bro Studio, werden es auf jeden Fall machen. Eventuell ist ein Dritter dabei. Genau. Wer dabei ist, das wären wir noch nicht. Kennt ihr auch schon? Genau. Wart ihr garantiert auch schon drin? Nein, thanks to you. Im Chat, im Live. Ähm, ja. Hat auch schon mit, ähm, war gestern sogar schon, war gestern auch noch live. Ja, das war richtig gaut. Äh, ich sag jetzt mal, damit das nicht so auffällt und damit ihr doch noch was zu erraten habt, ähm, sag ich das jetzt extra anders, Flo nicht falsch verstehen. Die sollen ja ein bisschen rätseln. Äh, der Chaotenhof. Chaotenhof. Ja, also, na, das soll ja Rätselhaft bleiben. Wenn ich jetzt direkt sage, worum, ne, dann wissen die doch sofort Bescheid. Kannst, kannst du mal den, den, den Paddel da, äh, von dem Mann in die Fresse weg tun? Die sind dauernd immer beruflich. Der war frech, der war frech zu mir, der hat mich einfach vom Popo gekrapscht. Ich bin der ganze Zeit überlegen, ob ich ihm da frisch in die Zähne haue. So, wie gedacht, das hat überraschend, wie schnell wir damit durch sind. Und, wie gesagt, Dead Island 2 ist... Wer bist du davon? Äh, ich bin, äh, ich bin... Der mit dem Schwert hier. Hier das meiner Hand. Äh, wenn Schwesterchen auch mit beiden, äh, Dingen guckt, dann kannst du es sehen, ja? Ich bin auch drauf. Ich bin auch drauf. Guckst du mit beiden, äh, Accounts? Ich weiß nicht. Wenn du mit beiden guckst, dann kannst du, äh, kannst du, äh, Flo sehen. Ah, mit L1 kann ich, äh, treten. So, es ist eigentlich genauso wie das andere Flo. So, dann würde ich sagen... Let's go! Zombie-Mobbel! Oh ja, das macht Spaß. Wo sind die Tür? Let's go! Nein, wir müssen erst zu den Typen hier. Schade. Das ist die erste Mission, die man sofort mit einem Paul zusammen machen kann. Zu dem? Zu dem, äh, der dir an Popo gepackt hat? Ja, der Typ mit dem Kreuz auf dem Shirt. O-Ton-Arbeit-Kollege von dir. Der hat mich befummelt. Oh mein Gott, das ist ein Problem. Ich glaube das Tattoo, was der da oben Auge hat, das weiß ich auch die Lippe So, let's go, erste Mission Moin Brodiak Moin Brodiak Alles fit Jetzt werden wieder Zombies gemobbt Ach, bist bei uns beiden drin Ey, du kannst hier auch noch, hier ist noch so ein Paddel Nimm alles mit, was du am Anfang mitnehmen kannst Alles wichtig am Anfang Mach mal kurz pinkeln Geh mal vom Pot, ich muss pipi Der lässt mich nicht auf Toilette Bro, klatsch den mal weg Der lässt mich nicht auf dem Pipi-Pot So Flo, die haben mich vorhin alle platt gemacht Ah Bis jetzt bei beiden drittschwesterchen Guck, die habe ich schon alle platt gemacht Ich bin draußen Die habe ich vorhin alle platt gemacht Der hat doch was Und hier sind auch, da ist auch noch so ein Paddel Das ist ein schöner Strand, ne? Ey, los, sollen wir hier hinziehen? Sonne Strand Gautobars Schade, dass man die nicht wegschießen kann So, wir müssen, wo müssen wir hin? Ähm, ja Du hast auch die mit, ne? Du hast auch die mit, ne? Mit, äh, ne? Genau Der wurde genagelt Also, Bro, alles wie gehabt, ne? Das ist alles wie in dem anderen Teil Bist du stumm? Ich höre dich... Ah! Oh, Entschuldigung Du kannst vergessen Hey, du! Drück dich platt hier! Warte mal, ich muss mal eh kurz runter Ich muss eben bei, äh, Controller tauschen Hab ich gar nicht gesehen Okay, aua! Er muss Controller tauschen Ja, echt Komm mal, hier noch rummelig Hallo! Er ist auch Flea, warum ist der so... Warum ist der so... Nee, er hab ich das schon überrascht ... ... ... So, stecken Rein stecken In die Bar Hier geht's zum Bar Oh, Gautos Bierchen trinken Guckst du? Da geht's zum Bar Oder ein Gauten Cocktail Schönen Swimming Pool Ja, ein Gautos Kombacher Hier hieb mal dein Popo dahin Kann man da was einsammeln? Ich hab natürlich wieder mal die Gautos Musch genommen Und ich denk... Und ich denk... Und ich denk Gautos Oder Sammy Genau, komm! Komm! Mob ihn! Mob ihn! Komm! In sein Popo! Oho, hier sieht's schön aus Guck mal, da hinten ist ein Zombie Moin Stefan! Wie war dein Tag? Arbeitsreich... Äh, Schwesterchen Ich hab heute... Mein... Mein Spätdienst Hab ich heute... Fast alleine gemacht Ich hab nur ne Auszubildende noch gehabt Weil eigentlich ist man in der 12er WG Äh, alleine als Pflegekraft Oho, hallo! Geh weg! Oho, hallo! Geh weg! Oho, hallo! Geh dich, ihr Mut! Oho, das ist ja ähnlicher aus! Hau dich um! Also Dirk, falls du dich mal dafür entscheiden solltest Äh, das ist eigentlich so Vom Schlagenschießen ist das wie bei Date gone Und da kennt sich ja mit auf Falls du dich mal dafür entscheiden soll Bleib unten! Was ist das? Oho! Wollertopf guckt denn? Da! Mobben! Bam! Mobbing! Komm hier! Ah! Der geht gleich einer ab, der Ollen Boah! Vielleicht andere Knöpfe, aber sonst Alles gut, boah! Soweit gut, nur da die üblichen Schmerzen halten Rotten, Knie, Fußgelenk Oho! 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 Komm doch ab, ey! Pass auf, bitte dir! Mach ihn fertig! Wir mobben die voll, ey! Hahaha! Ja, das ist... Ey! Zombies Mobben ist ja was anderes, ne? Die da mal mobben! Hier ist ne Gaute Bar! Ja! Oho! Es war aufzwingend! Gib so ein... Gib so ein... Gib so ein... Filmimpol! Was war das? Hier ist Bro! Hier ist der Energy! Hier ist der Energy! Hier, bitteschön! Ja, den brauch ich! Stell dir vor, das ist Kronbacher! Ja! Ah! Da hat sie doch in die Brust getan! Hier kann man rein, ne? Nutze im Po! Oh, die sieht schön aus! Schieb ihn in, äh! Genau, der stinkt! Der muss mal gewaschen werden! Ach, der kommt nicht weiter! Der Stuhl steht im Weg! Ja, nur müde heute irgendwie! So, hier kommt man auf jeden Fall rein! Mach mal auf! Ja, du wirst mir auch nur auf den Popo gucken! Ja, das ich mache, da stehe ich auch! Hier, gauter Wein! Ja! Hier, das gauter Wein! Was denn kommt? Das kommt mir bekannt vor! Mit den Schmerzen! Kann ich ihn nicht aufmachen! Muss denn he! Ja! Muss denn he! Oh, gauter Wein! Hey! Pass mal auf, wie der Paddel! Gauter Wein! Ja! Müdigkeit geht im Moment! Ich habe heute spätis gehabt! Da konnte ich auch schlafen! Trotzdem mache ich lieber gerne für den Studienst! Wir mobben die voll, ne? Das ist wirklich Zombie-Mobben! Ich habe seinen Kopf gerade sehr viel mit dem Fuß! Das ist wirklich Zombie-Mobben! Oh, hallo! Ich habe voll auf die Maps geguckt! Oh, what the fuck! Komm, geh warten! Da ist noch einer! Also, da gehe ich nicht rein! Da ist Blut! Da müssen wir auch mal rein! Ja! Meine Frau! Nein, nein, nein! Das ist Mensch! Oh! Fuck, mein eigenes fucking Freund! Jesus Christ! Hör auf zu! What else could I do? Let him kill me! Hör auf damit! Hör auf! Oh, ich habe Fähigkeit-Punkte sehe ich gerade! Ja, hat er, ja! Äh, was habe ich, beim letzten gemacht? Die Kasserei habe ich erst voll gemacht oder? Also, ich habe, ich hab erst das Kampf genommen! ich mache schon mal kommt der sagt nichts mehr ich habe ein rohr gesammelt wer kennt dieses bild noch wer kennt es noch auch mir bekannt vor früher wenn die sehr wenn sie film oder serien abends fernjahr die dritte ja oder leckten wenn alles nicht überwunden zu Ende war blickst der kam oder wirklich nach störung war wenn die Probe oder auf die kamera wasch ich lieber ja jetzt kann ich mal den schokopopo gucken du musst den rechten analog dahinten wieder nach vorne drücken am besten dann in der so nah wie möglich in der mitte dann geht es schneller um auch zu kreischen ach die ist tot die ist tot die ist tot die die möpze wackel ich habe gerade die beine immer breiter er kommt immer da rein hätte kommen die möpze wackeln sogar schöner leckerer wein schlüssel zum leben ja den brauchen wir glaube ich worte den gefunden wird der lag hier ja man da und zieht sich das ding über die ohren schweiß radio aus der jammert ja immer ja echt wo die muschi wieder meinen döner messer haben das gibt sie nicht glaube ich schade also ich habe schon durch gehabt kommen wir die musch die treten im pool die haben sogar körper gemacht die pflaumen hat einen körper gemacht bist du nach oben gegangen? wo bist du? leidemus runter hier ist eine gautomus deine deine äh 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 oh hier sieht schön was guck mal hier kann man rein das ist das schwache baseball schläger warte mal das tausch ich mit ja guck mal hier ist ein rohr ich habe ein rohr ich habe ein rohr ich habe ein baseball schläger ich habe ein rohr hier hang doch was eben was ich mitnehmen können ich war doch irgendwas was ich mitnehmen kann ja das rohr habe ich das rohr habe ich jetzt du gib mir dein schokorohr nicht nicht vor publikum das ist ab 18 ey ohne mich mobben hier oh hier kann ich was einsammeln oh noch was schön am strand Bier trinken hier bei mich dahinten oh ja brust der kippt nicht der kippt nicht die brust die der ruft immer so schnell weg ne son rohr will ich nicht macht mir kein spaß und er packt die zwischenbeine er packt die zwischenbeine wir haben ein exodus ich bin schon echt gespannt auf Dead Island wo ich habe einen Baseballschläger hier ist vielleicht Blut anhaftung oh hier ist ein Koffer Dankeschön du Mensch Ah Hilfe Alter Arschloch Sag mal Boah erschreck mich nie nochmal Alter ich habe gedacht der Mensch Hier kannst du ein Rohr nehmen Ich habe doch eine Rohr in die Hose Ne jetzt will ich meinen Baseballschläger das Ne behalte mal Rohr Ne warte mal ein Rohr ist härter Gib her Rohr ist härter Was Habt ihr hart gehört? Das Rohr ist härter Ich meine dieses zweideutige Nomad Ja hier kommt mein Ding so rein ich habe noch was schönes für den floh haute aussicht die ball kann man schießen hallo du hast sie gerade bewegt das habe ich gesehen ich habe heute nur 1 warte ich gucke mal kurz hier kann man hier gehen wir da rein da kommt bestimmt was jetzt der immer so langsam der ist tot hallo ich habe meine tage das ist doch eine mega geile sicht oder das wasser das ist ja das wasser ist ja wirklich das ist ja so der hammer hier mal die urlaub das brauche ich nicht hier kommt was angerannt wo haupt haupt es wurde er schreibt die die verfolgen schlafen vor dem hoffen da kommt noch aber nicht von hinten hallo 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 ich stehe von ihm ja er ist tot guck mal voll bekomms ich störe dich ja ungern aber komm sterben bleibt unten wir müssen alle mal gewaschen werden guck mal der der leckt sie die machen aber komisch liebe was wo sein kopf ist voll im bein drin sein arm ist auch voll im bein drin ja immerhin kann er den inzwischen sitzen gucken guck mal der hat die ja die tage ja siehst du da ist was rotes im sleepy ich hör da was ich hör irgendwo was da bei den gauten barf auf dem warte aufstehen der kathriete nachstreck die schubel wasch dich komm rein da guck mal der aufloh der tritt die das war auch eine schöne bar gefällt mir auch ja das ist die gleiche bar wie da hinten hier kann man sich so hinsetzen am strand so ein Bierchen trinken und dann so schön auf dem auf dem Meer gucken oh ey gangbang was bin ich mal durch hallo geht geht da Bauplan hier genau da da war nix wieder war nix da ist nix ja toll da haben wir alles das ist ein rohr hab ich ihn raus die bar die gefällt mir kann man schön oh hier kann man auch hier kann man schön hinsetzen und hier hinten und schön auch oh geil geil ne schöne berge oh Gott ich kann ihn mehr trinken der berge sind Gaut besonders wenn es weiblich sind hey eh nicht so schnell was ist das ne im B-S-Stil will ich nicht ich behalte mein Rohr hier gangbang ja ich komm ich will auch was bitch gau mal bei mir ist die voll yan gebacken im Auto du bist befreit geht aber sterben stirb doch komm, der Kopf in den Sand der war der Kopf in den Sand Jesus Christ Jesus Christ das sagt ja alle hier hier steht man vor Ort ich habe keine Überraschung gefunden in dem Wasser-Sport-Rental-Kiosk vielleicht findest du etwas, das in Hand Schwesterfreie Bruder jetzt Schwesterchen Hallo Christine Hallo Christine Bruder Es gibt eine Tafel in der Seite, die du benutzen kannst, um deine Weapons zu reparieren Wo sind jetzt schon wieder Die Alte rennt immer so schnell weg Hier Da ist sie Mann Gott So Hallo Christine Wer schreit hier Oh What the fuck Oh, hier ist eine Freude Ich bin ja eine Frau Schrei doch nicht, mein Gott Schrei doch nicht, mein Gott Au Samma von Hitten Schrei mir nicht an, ey Mein Gott Ich bin so süppel War doch lieb, wenn er sich als Frau bezeichnet Haha Da steckt was drin Das will ich nicht haben Oh, bleibt drin Nö Wie soll man da flogen mich jetzt angucken, dass ich mal, dass ich die Frau bin Er lief tot Er lief tot Wir müssen ihm noch ein Er lief tot Der Flo hat doch rosa Tütü auf dem Schrank 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 Tot Flo sein Tütü zählt nicht Ah Guck mal in Sandburg Mein Tütü zählt nicht Also rosa Kleidchen Ja rosa Tütü ist aber kürzer Nein zählt nicht Ich hab noch einen Rohrmann Mach mal auf Oh hier ist Gangbang Hallo Man, der ist ganz knapp gemagert Dann könnte der ist zum Blinden Ah, Hilfe Nein Lass ihn los Das ist mein Schokobär Geh weg Das ist mein Schokobär Das ist mein Schokobär Und du kannst ihn nicht mehr treten Äh, ach ja Ach so Geh sterben Zählt nicht pinkkleid für Unsere Christina Hallo Nicht abkacken jetzt So nicht Ich werde noch gebraucht Hallo Ich brauche mal Ich brauche mal ein Schokoholo Zu bauern Es ist mein Schokobär Excellus Fahm Wir haben diese so komische Kruse Warte, immer einsam bevor du raus schmeißt das ist kein Kassbier, ordentlich Fertig meine haare bleiben schwarz blau da kommt ja auch gott habe ich das aufgetreten nein aufgemacht geh sterben so freundchen ich hab' ich versprechen au, Hilfe! leg dich doch hin! klatsch komm ich schieb' dir die Stange durch die Ranal rein du hast alle drücken rauchen zu sterben der alle hier rein ein rosa ja gut und rosa fliegt der boxing ihn vor hallo kann er nicht aber ich jetzt bei uns gestört wer ist da auch mit dem am besten gestört haben gestört mein gott wir wollen uns sagen dass es einer von den brüllhandelszahne und wir haben auch keine schutzwaffe wir müssen auch so machen wie bei dem anderen teil du von hinten jetzt nehmen von hinten er hat eine schuhe mussten hauen hallo nimm ihn von hinten, hallo! Boah, wenn ich beißen! Warte, wir brauchen Kollektion! Aua, was wir nicht wissen! Hallo, geht's noch? Sag mal! Du hast noch grüße, du rohr! Haha, wir haben mich tot gemobbt! Gäm mich ausgucken! So, seid mir nicht böse! Aber ich denke, wir sind beide total müde! Ich hab mich ganz nicht so viel eltern lassen von der kleinen Treppe! Jo, danke, Bro, Dirk, dass du da warst! Und dann euch beiden ne gute Nacht! Schlaf gut! Und wir hören und sehen und schreiben uns wieder, ne? Tschü-tü! Tschü-tü-tü! Aua! Guck mal, der hat den Arschen da los! Guck! Die Wut gefressen! So, wer packt! Oh, ja! Ich mach erstmal alles! So! Geht toll! Guck mal! Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Gange zu viel Kräte flicken! Nee, aber das möchte ich nicht, das ist eh gewissen! ich bin ich doch bei den schokopopo ich hab noch mal kurz hände waschen Guck mal, das sieht jetzt aus wie so besofft in der Ecke. Ja. Gut, du ne. Da komm her! Da schrei doch nicht so, mein Gott! Man kann auch leise sterben. Boah, Mann, ey. Da ist auch nix. Da ist aber was. Hier müssen wir... Wo? Da ist nix. Ach, klar! Da ist wohl was. Warte, ich komm. Komm mal kurz rüber. So. Warte, hier liegt was. Guck auf das Energy. Hier hat die Tischkante gegeben. Let's see what we got here. Das ist gut. Meine Lampen sind alle. Ach so, noch mal Licht. Irgendwo ist noch einer. Der, der lebt nicht mehr. Wir müssen hoch. Oh. Oh. Komm früh zu halten. hallo 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 jetzt haben wir musik weg die alle ist geflogen der liegt ja so rum aber ich glaube hier unten oh ja gucken das ist mal oh ja das sieht schön aus da hinten war was ja lauter tote gleich waren wir was haben wir denn hier schönes rettungsring da auch da auch da auch ok machen wir da rein was gibt es denn da schönes ok sterb sterb schneller sterb schneller da hey hallo achso da kommt ein auto Ich freue mich schon richtig auf Dittlisland 2 Ich werde bescheuert Das schmeckt auch schön Mein Gott Jetzt haben wir denn deine Hand Schlitz, Schlitz Das ist ja gut, das ist eigentlich so brummig hier A lot of people here need help Go talk to them and see what you can do Ja, rede mal Mach mal eine doch Ach, geschissen Du musst mal lernen ich muss mich nicht zu so einem der rote fragezeichen hat habt ihr zurückgeschrieben wo ist die olle igesos zum einsammeln die musch hat nichts auch gott das ist das loch zu treten da ist eine leute ach jetzt hoff zu arbeiten ich muss hier raus wo ist die da oben die ist da oben bestimmt nicht gab es da was schönes der stotter war nicht eben warum ist die dominik ich gehe mal kurz hoch übertauchen hohe satelliten schüssel ja noch riesen schüssel aufsendung jam drop ja wir sind aufsendung sag wo bist du wie kommst du da schon wieder hin runter gejumped ja da ist ne kiste da kommt man auch nicht dran die stehen hier rum oh höh das ist die ich muss da hin ich hab nur die eine tür zugemacht weil das jetzt unser aufquartier ja aber das eine tor geht von alleine zu traurige musik ach ja hier am auto musst du teile mit einsammeln hier kannst du teile einsammeln immer vorne an der motorhaube der ist der dune ich glaube der ist richtig dune der da sitzt der muss gleich kotzen ja bob ihn da habe ich hier voll auf nachschauen bleibt da liegen du musst halt auf die packen da kommt hier komm 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 jetzt Schau mal, bei denen gibt es Rippchen. Der hat Popo auch gekriegt. Das sieht ganz schön unbequem aus, wie der da schläft. Der hat den Kopf einfach komplett gedreht. Wo bist du? Da ist nichts mehr. Da ist was. Da musst du gedrückt halten. Ah, da ist noch was. Meine Tasche. Komm mal, jetzt mal. Digga. Das Gebäude sieht auch gut aus, ne? Oh ja. Später können wir hier mit dem Auto gehen. Oh cool. Wir sterben. Aber wir werden mal leiser sterben. Das spritzt das auf den Arsch. Das hat auf den Popo gespritzt. Der hat den Kopf. Der ist hier oben. Der ist hier oben. Flack unten. Das war mal von hinten, aber ich habe mich auch nicht geholfen. wir mit denen können wir gleich fahren aber ich glaube nicht in dir falsch aus wenn ich mal kurz auf ne karte gucke wir müssen die straße weiter folgen schock ein schokobär in der realität hast du den führerschein, in dead eastland hab ich ihn hier 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 ja wir kommen mach auf das ding hier 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 Ich habe mir jetzt glaube ich mal ein paar Diener geholt. Den verkaufen. Das Rohr behalte ich. Ähm, bisschen was halten. Alkohol. So werden das Rohr behalten. Once this blows over, I'll be sitting pretty. Ach ja, wir müssen da rein. Wo machst du da? Er kifft. Das ist normale Zigarette. Gut, weil das darf man erst am 1. April, dann ist es legal. Ne, du darfst jetzt schon. Du kannst das ja legal wirklich im Geschäft kaufen. Oh, die hat jeder noch mal gespürzt. So kam, äh... Irgend die Legalisierung da, äh, dass da hier in der Halle noch was anderes ist. Zusätzlich. Oh, ich habe hier einen schweren Rohr. Was hast du am Ostertag? Es ist nichts, was ich von hier tun kann. Äh, arbeiten, Schwesterchen. Beide Ostertage, Spätdienst. Also Ostersonntag und Ostermontag. Aber dafür haben wir Pfingsten frei. Dann müssen wir für irgendeine hinkriegen. Wo ist der? Wo ist der? Ich hoffe, dass es etwas für die Hände gibt. Es ist nichts, was ich von hier machen kann. Mit dem kann ich aber nicht anquatschen. Hä? Wo war das noch, Mann? Den Teil habe ich als erstes gemacht. Und dann habe ich ja das, äh... Ich hab da was gefunden. Ich hab da was gefunden. Guten Tag. Wir gehen morgen in einem Park spazieren. Wir haben... Wir haben... Oder... Oder gehst du am... Zu Ostern, zu der Mutti? How the hell is it possible? You're still alive? Hier, du kannst ihn anreden. James Stein. Ach, die hat sich grad'n... ...Energy auf ihre Titten... ...gegossen. Das habe ich gesehen. Da ist wie bei Sinti Möi... ...und er hat ein wenig Wissen gegeben. Wir haben uns dann niemanden. Ich liebe dich, der Schreck ist! Das ist ... Ah, das ist das. Das war so. geht doch mal auf dem weg du penis das ist doof wenn man hier nicht weg kommt oh mein gott endlich musch ist fack hey come a little closer we need to talk unlike cinnamoy and his crew we're not content in our butts and hope that helps on its way woher man die tukki geht ich weiß nicht wo sind meine emotes so ich wollte schon sagen meine emotes ja ich bin auch froh dass es dich gibt feuer und flamme also wenn ich jetzt von den neuen gültigen will ich das grüne zuerst nehmen dann das pinke und dann das gelbe von der reihenfolge her vom besten geschmack ja ja es gibt auch ein neues gelbes das heißt dann weit ich bin drin ja toll wir haben glaube ich zwei aufträge genommen guck mal guck dir den an guck dir den floh an ne der dreht sich extra zu mir damit er alles vor mir sehen kann aber ich habe große schokomabies warte mal ich guck mal eben ja guck mal der guckt mir voll im ausschnitt guck dir den flow an zwitter hier guck mal der guckt mir in den ausschnitt ich hab der kristine ins ausschnitt geguckt die buchseite demnächst noch ein rosa kleidchen tragen schön rosa picke haare ja und dann mit dem schwarzen slippy dann kann man das auch besser durch das kleidchen sehen so ist es ich doch nicht ich bin grad ein bisschen verwirrt ich möchte neben dir sitzen wir haben noch ein neues auto genommen mit wo die scheibe noch heil ist von außen nach innen das gab du hast ja auch dieses grüttchen ja ja aber nicht installiert in der bibliothek ja hä ja wir müssen andersrum ja echt ja weil dirk und ich vielleicht dann überlegen sind ob wir drei das dann ist alle drei zusammen fahren nicht mit zunge am eisten date du vogel wir müssen hier deshalb kommt man nicht mit ganz ich glaube die schwanger schreit doch nicht der echte stieg langsamer stieg langsamer das ist ein film ich will mein rohr behalten guck mal das im auto aufgespießt wer hat das denn auf ein schild gekriegt das ist aufgespießt worden auf ein schild ist vielleicht von hier so von oben so runter gejumpt und dann hängen geblieben was ja komm du schreihand ja komm her vor allem die schretze gestrickt der ist tot ja komm her ja komm her ja komm her ja 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 hat wieder runter geht genau geht doch runter damit tschüss 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 2 der Paulin die Hälfte wieder bei der Strandpartei die k stein mir die jahre aua von dem aua ich hab keine Ausdauer auch grad nicht aua von dem Geht mal von hinten! Geht mal! Halt doch die Backen! Ich wollte auf die Popo gucken. Vor allem die Popo-Backen sind wir da. Wir müssen backen. Ja komm her! Leg dich doch hin! Alter, mach doch immer von hinten! Ich bin tot! Schlitz! Stirb doch endlich! Mein Gott! Geht doch nicht! Von hinten! Geht doch nicht! Woa! Wo kam denn hier? Aua! Alter! Der haut mir hoch! Aua! Alter, der haut mir hoch! Ich werde jetzt von dir! Alter, guck mich nicht an! Aua! Alter, der haut mir hoch! Ich werde jetzt von dir! Alter, guck mich nicht an! Du sollst dich nicht von den Hauen lassen! Du sollst dich von hinten hauen! Du sollst dich von hinten hauen! Hallo! Du sollst dich von hinten hauen! Hallo! Du sollst dich von hinten hauen! Der spritzt! Der spritzt! Der spritzt! Der spritzt! Der spritzt! Der spritzt! Ah, Julava, du! Mein Gott! Gib doch endlich! Oh, ich hab hier was in der Hand! Müssen wir was mitnehmen? Weiß ich nicht! Ne! Wegwerfen! Wir müssen sagen, wo die roten Hände sind! Ah, mom ist nicht! Komm! Entschuldigen Sie! Die kamen gerade nicht da. Ich hab Bro. Gut. 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 Ich weiß, was wir hier hindringen. Das sind zwei blaue Felder. Wie war das jetzt? Keine Ahnung. Ich schreide auch nicht so laufen. Mein Gott, schieß doch auch noch mal leicht. Jetzt zu der roten Hand, ich mach da. Ich ruch's denn mit der roten Hand. Jetzt komm ich hoch. Jetzt komm ich hoch. Jetzt komm ich hoch. Jetzt kommen wir wieder zurück. Aua! 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 Get in shape. Bein pull auch mal. Aua! 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 Ich hab'n Fähigkeitspunkt. Ich hab'n Fähigkeitspunkt. not langs. Aua! Ah, kann ich jetzt mal? Ich könnte... Echtwache... Ich glaub' ich glaub' ich... Etwas höher... Also größer und höher könnte man sagen, dass das Dark Tower. Von... Von Ironman. Ach ja. Der hätte nämlich auch so'ne Plattform oben. Egal, ein bisschen was machen. Warum? mein Gott leg dich doch hin! Meine Fresse! Ja, ja, du! Der ist tot. Oh, da kommt noch fast. Da kommen wir her. Ja, komm! Den brauchen wir. Wenn er nicht kommt, dann kommt er nicht. Haben wir Waffen gespart? Ich denke, die gehen kaputt. Der ist immer noch am Rauchen. Der braucht aber lange, oder? Ja. Was darf ich so rein gehen? Ja, die sind da. Der mit dem hübschen Vollbartler. So, jetzt ist gespeichert am besten. Was? Am besten... Hier erstmal einen Cut machen. Da ist ja Code 21 gleich schon. Oh, wir haben echt unsere Stunden... Wir haben auf jeden Fall knapp über eine Stunde geschafft. Du musst auf jeden Fall das Ding in der einsammeln. Das Ding in der Hose. Das Ding in der Hose. Das Ding in der Hose. Am Freitag wieder. Ja, im Moment... Bei dieses Arbeit habe ich jetzt... Bis 21 Uhr Dienst. Spätdienst. Wir können am besten noch einmal kurz hier rausgehen und dann... Hier in die schöne... So... So... Normalerweise wird doch immer gespeichert, ne? Ja... Warte, mach mal Anlass. Ah... Moin, Esitkiller! 21! Ach, guck guck mal! Moin sie! Wo bist du? Ja... So... Da bist du. Wieso bin ich jetzt weg? Achso... Äh... Wo ist jetzt der Plan hier? Da für diesen Couch hier müssen wir hier so... Wom, 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 wom. Wo ist jetzt hier der Plan? Da oben. Wir gehen kurz nach oben hin und springen wieder zurück, ja? Warte mal ein... Eben reparieren... So... Äh... Nicht da! Nach oben! Nicht hier! Springen nochmal zurück! Zum Rettungsturm! Ja, ich geh schon automatisch mit! Äh... Bin ich doch! Dich da hin! Und leck mich doch! Leck mich doch! Leck mich doch einer Pflaume! Bin ich runtergefallen! So ein Leuchtturm war das doch, oder? Ach, das ist ein Gott! Richtig! Jupp! Äh... Äh... Das ist richtig! Ach, das ist ein Gott! Ja, richtig! Ja, richtig! Le... Leuchtturm! Ne? Ne? Doch! Leuchtturm! Da waren wir, ne? Seid ihr Party? Ja! 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 Das ist eigentlich von vorne! Seid ihr ein paar Jahre, wir hören auch ein... Danke für dein Follow! Achso! Ja! Hey, komisch! Bei mir wird das nicht gern gezeichnet, ne? Wird das nicht gern gezeichnet, also ist das... Komisch! Ja! Ja! Ja, heute ist ein bisschen kurz, ähm... Aufgrund war man so halt, äh... Spätigen Schatz! Ja, das halt, äh... Real halt! Ähm... Wird aber noch anders, ähm... Ja, das ist ja nicht immer, dass ich am Freitag, äh, spätis ab... Ja, genau! Das ist ja nicht immer! So, äh... Wenn du, äh, nächstes Mal wieder mitmachen möchtest, äh... Sollen wir dann die, äh... Die Party mit uns dreien, äh... Können wir die Party mit uns dreien ja auch machen? Ähm... War ja letztes Mal ganz lustig! Ja, genau! Ja, genau! So, ähm... Ich wollte eigentlich kurz reinkommen und euch was geben! Ah, ah, ah! Was geben! Ah! Was geben! So, äh... Ja, äh... Müssen wir nächstes Mal machen, müssen wir nächstes Mal machen, weil heute ist echt ein bisschen kurz, ähm... Ja... Ich würde dann sagen... Morgen! Ja, genau! Morgen! Ist ja wieder... Kids Time! Ist ja erstmal Kids Time bei Vormittag und, äh... Ach, da ist er ja! Ja, gut da! Ja, Moins ist eh das Killer! Ja, ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ähm... Gegen Abend kommt dann, ähm, Incessence Street... Odyssey! ja eine schrottbombo habe ich keine eingebaut ich habe keine eingebaut ja du hast mit dem anderen hatte schon so gut aber die kann man erst ab 45 verteidiger des mutterlands schock das ist doch keine schrott du hast ja diese vollautomatische waffen bei dem anderen ding und da muss ich da muss ich auch ganz schön viel level das ist ein schrot da ist ein schrot alter wie viel schutz sind das ein paar ich kann ich kann nicht warum kann ich sie nicht nehmen das war doch das war nicht so lange leben also ich habe ja ich kann sie ich kann sie dir dann geben wenn es wenn du so weit bist wenn du so leben kannst aber was ist so für die fallen ja wie gesagt heute bisschen kurz morgen vormittag kommt dann was für die kurzen und gegen ja irgendwann lauf des tages oder abends kommt dann in ssg odyssey hatte ich ja beim letzten mal hatte ich das zu youtube seiten gemacht habe und dann kriegen wir das schon ich habe noch genug waffen ja wenn ja ich kann ich gibt die eine kann ich ja immer noch flogen die schmutzelte wenn er mit mir kann ja das ist von meiner seite her was morgen dann im laufe des tages dann am start ist und sonst würde ich sagen wie gesagt entschuldigung bisschen kurz heute ja ich hoffe es hat trotzdem spaß gemacht nächstes mal wird denke ich mal ein bisschen länger oder oder außer ja guck mal kriegen gucken schon kann sein dass er die erste zeit ein bisschen kürzer wird aber sonst danach ja ein bisschen kommt auf jeden fall dass es wieder länger ich habe ja nicht immer am freitag spätdienst dann sage ich auch erst mal das wasser von hier heute heute mal kurz aufgrund war ich ja arbeiten musste verspätigt hatte bis 9 uhr aber das ist halt das real halt ich hoffe es hat auch trotzdem spaß gemacht zuzuschauen ja dankeschön darauf die ich auch schlässchen und habe ich auch ganz lieb wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder heißt wenn es heißt hier dead island ja und wie gesagt dead island 2 ist jetzt auch am start haben wir beide auf jeden fall aber eventuell auch zu dritt lasst er überraschen wir sagen jetzt gute nacht schlaf gut und wir sehen uns beim nächsten mal wieder ich bin